das ist hier oder? anscheinend schon, ja. das tor die sind faszinierend ich hab das schon mal gesehen sie müssen rituell sein dieses frauen abbild hier ist besonders interessant das ist erst vor kurzem gemacht worden das waren die inselbewohner den wracks zufolge sind sie genau wie wir überlebende bemerkenswert na hoffentlich werden wir nicht auch mörder wie sie versuch's mit dem anderen hier fehlt der griff zusammen sie hält leider nicht ich werde nach was stärkerem suchen vielleicht liegt hier was nützliches unglaublich was mit der knarre die gedenk ich irgendwie müsste doch eigentlich hochgehen jetzt haben sie ein bergungsgut für einen abgreck der axt ist das schön was mein anbieter, der ist an naa naggerpfeile brauchen wir nicht aber ist das bergungsgut? das funktioniert ich brauche nur ein bisschen mehr seltsam haus ab ähm noch mal wir조 nicht mehr im auch unsere laura ist schon wieder verletzt flach wieder scheiß werfe ich brauche mehr noch ein schrein den beten die wohl an das müsste reichen lager muss wieder zurücklaufen, oder kann ich das nicht irgendwo machen? naja, das kann ich nur öffnen wenn ich es in der Stadt geraten habe aber ist ja auch ein Lager wirkungsgut 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 wenn ich nicht von hier weg komme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer ich denk mal schon das war wir ich will keinen Ärger machen ist die Aufnahme einfach abgebrochen aber ich verlange dass ihr uns zu demjenigen bringt der euch anführt was tun sie da ich lehre das nein nein bitte du musst mit ihnen gehen, Lara du musst mit ihnen gehen, Lara du musst sie sagen du musst dich es gibt es gibt da du musst ich das hat gesagt hat die bei euch da bei mir gleich bei sich ist nein bürger bürger Moment, kurze Pause. Ähm, jetzt mal kurz hier, also im Pause-Modus. Ähm, was so passiert ist, äh, es ist da jetzt nicht viel passiert, wo die Aufnahme abgekackt ist. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich denke mal, weil ich die Axt abgegradet habe, bin ich irgendwie auf die Raute-Taste gekommen, wo ich aufnehme. Oder auf die Enter-Taste, in dem Sinne. Und, ähm, ja, das Tor hat sich geöffnet, wir sind reingegangen, sind halt Typen gekommen, die, ähm, irgendwas von ihm wollten. Der Typ, äh, der uns begleitet hat, der war so blöde, hat die Waffe weggegeben und wir sind jetzt erstmal festgenommen worden. Und, äh, ja, jetzt versuchen wir erstmal hier zu fliehen. So das Ganze, was in drei Minuten oder so passiert ist. Okay, weiter geht's. Oh Gott. Wie sieht's aus? Ich bin in der Schiffbank. Wie soll weiter? Na, du haben hier schon. Oh Gott. ... Hey, einer sind sie in der Vor und Luke hier so unauffällig das zu machen Nein, das fällt schon auf das komische Weise, alle Leute mir den Rücken zu drehen Äh, nicht belästigen Toil Bin ich direkt tot? Was soll denn das? Man muss ja treffen, das ist ja... Weiß nicht Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Haydo und das ist schon tot Vor allem, da musst du knapp mal Reaktion ist gefragt Das habe ich leider nicht gehabt Was soll ich denn jetzt machen? Alter Übertreibst du Nochmal Kommen wir so Zeichen an die... Hä? Dann E drücken auf einmal Ey, Leute Jetzt auf geht doch mal... Hier wird es frei Nein 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 Das ist gut. Ja. Oh, jetzt sagt er nicht mehr. Unser erster Tod, oder erster Kill, würde ich sehen. Halbautomatische Pistole. Okay. Wer ist dahinter? Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Nein! Oh. Einfach mal alles spinnen hier. Doppelkiller haben wir jetzt gemacht. Oh, Dumber Run. Wow. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich tot. Das ist immer gut. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Halt auf. Eure Tremlzeit wird nicht zu dir. Halt auf. Das ist voll die Kill-Serie. Wieso haben wir gerade unseren ersten Tod? Die Schießung ist hier tot wahrscheinlich. Halt sich mal ausgefunden und nichts gelockt. Das ist doch normal. Ich glaube, ob es hier hinten weiter geht, oder? Wir sind da. Ist der da noch raus? Das wird da irgendwo gegenstehen. Jawohl. Ich weiß nicht, was wir dabei hatten. Geldbörse. Kaputtes Handy. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Kranker? Nein. Es sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden bald wissen. Eine Crew. Was zur Hölle? Was? Voll die Ehren hier. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Was? Was ist das? Was? Sie geben sich weiter den Weg genug. Wir stoßen sich hier. Oh. Ganz schön actionlastig hier. Ja, ist klar. Lara, bist du da?